Na alles zusammen, hier ist wieder Chalantos wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar würde ich euch heute also einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Spielzeug, das wir über das Winterhauch-Event bekommen und zwar erstreckt sich das vom 16. Dezember bis einschließlich 2. Januar und während der Zeit haben wir die Möglichkeit unter anderem hier dieses neue Toy aus dem Jahr 2023 zu bekommen und natürlich auch alle alten Toys, die es in den vergangenen Jahren gab. Also das Toy schimpft sich einmal festliche transdimensionale Vogelpfeife und was macht das? Ruft Pepe herbei, der auf einem Schlitten fährt, während ihr euch gemeinsam auf Abenteuer begebt. Ich würde sagen, das lernen wir einmal und schauen uns das mal an. Also da haben wir das Toy, jetzt rufen wir den mal und da seht ihr, haben wir einen kleinen Pepe, der hockt in dem Schlitten und der fliegt sogar. Jetzt laufen wir mal rum. Ah, das ist wie so ein Pad, das uns quasi nachläuft. Ist auf jeden Fall putzig. Er ist auch Festtagspepe. Hat auch so eine kleine Fliegerbrille an. Ja, es macht auf jeden Fall was her. Gehen wir vielleicht mal noch einen Ticken näher ran, dass wir es ein bisschen besser sehen. Here we go, da ist er, der kleine Pepe. Ja, ist auf jeden Fall ein nettes kleines Toy. Und ja, wo kriegen wir das jetzt her? Wir können das über eine Quest uns holen. Diese Quest gibt es einmal in hier Ironforge. Also hier ist die Königreiche und dann als Allianzler hier in Ironforge direkt am Hauptplatz beim Bankenviertel auf den Koordinaten 32, 67. Und da müssen wir einfach hier bei dem Goblin eine Quest annehmen. Ich habe die jetzt schon gemacht. Ich kann es euch auf dem Twink aber mal fix zeigen. Also hier haben wir die. Und zwar, sowas Gemeines ist eine tägliche Quest und da kriegt es ein gestohlenes Geschenk. Und in diesem gestohlenen Geschenk ist dann zu 100% in diesem Jahr, also im Jahr 2023, dementsprechend das Toy drin. In dem Geschenk können auch alle alten Sachen aus dem Winterhauffest drin sein. Also wenn ihr euch noch alte Toys braucht oder ich glaube auch Pets, dann können die da auch drin sein zu einer relativ kleinen Schaus. Und was da auch drin sein kann, ist das neue Manuskript, das man jetzt bekommt. Also für die Drachen aus Dragonflight. Da haben wir dann nochmal ein Aussehen fürs Winterhauffest. Das ist aber anscheinend noch nicht so hoch, die Chance. Vielleicht ist es wieder so eine Once-Per-Day-Geschichte, also dass ihr eine erhöhte Chance einmal am Tag habt und dann mit jedem weiteren eine niedrigere. Da muss ich selber noch gucken. Ich werde dann jetzt ein bisschen abfahren mit verschiedenen Twinks und ja, mal schauen, ob ich das auch kriege. Als Hordler könnt ihr das Ganze natürlich auch machen. Und zwar habt ihr da in Ogrimmar, ich glaube hier vorne müsste der Weihnachtsbaum sein und da müsste auch der Goblin stehen. Und für die Quest müsst ihr übrigens sowohl mit der Horde als auch mit der Allianz einmal hier hoch in das Altrak-Tal. Und dort müssen wir, ich glaube hier von der Höhle einfach einen Mob umhauen, das ist so ein Yeti, und dementsprechend dann ein Geschenk zurückholen, beziehungsweise ein Rentier befreien und dann wieder zurück und das Ganze abgeben. Wenn ihr einen Magier habt, könnt ihr es ein bisschen schneller machen. Als Hordler wurde mir gesagt, ist das Ganze ein bisschen zügiger. Könnt ihr mit jedem Char einmal pro Tag machen. Und wie gesagt, Toy hat eine hundertprozentige Chance, braucht ihr nur einmal machen. Und dieses Manuskript, naja, das scheint ein wenig seltener zu sein. Gut, das war es mit dem kleinen Toy-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin, ciao.